Assalamu alaikum, Friede sei mit euch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Islam kurz erklärt. Heute geht es um die Frage, ist der Islam kritikfähig? Oft wird ja behauptet, dem Islam fehle die Kritikfähigkeit. Oder es wird behauptet, dass auf die sogenannte Blasphemie, also auf Gotteslästerung, oder wenn sich jemand über etwas Heiliges lustig macht, für ihn die Todesstrafe im Islam vorgesehen wäre. Wir reden heute über beide diese Themen. Die Behauptung, dass der Islam keine Kritik kennt, ist unbegründet. Kaum eine Religion ist so oft und so hart kritisiert worden wie der Islam. Und wie war die Reaktion der Muslime? Eigentlich immer sehr tolerant. Das lässt sich gerade am Beispiel des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm feststellen. Dazu gleich mehr. Aber man kann es auch daran erkennen, dass es im Islam eine richtige Debattenkultur gibt, die man nicht leugnen kann. Ein Beispiel aus dem Koran. Der Koran selbst fordert eine Kultur der Kritik. Es gibt eine klare Aufforderung an die Kritiker des Islams. So heißt es, sprich, bringt euren Beweis herbei, wenn ihr wahrhaftig seid. Eine direkte Aufforderung also an die Kritiker, aus der dann eine Debatte entsteht. Auch zur Zeit des Propheten Friede und Segen Allah sein, auf ihm gab es derartige Debatten. Zum Beispiel mit Christen aus Najdan, aus dem Süden der arabischen Halbinsel. Diese Debatte fand in der Moschee des Propheten Friede und Segen Allah sein, auf ihm statt. Bei dieser Debatte haben beide Seiten über theologische Positionen gestritten. Übrigens, am Ende dieser Debatte stand ein Vertrag, in dem den Christen die Sicherheit ihrer Kirchen, Klöster und ihrer Priester garantiert wurde. Und auch nach dem Propheten Friede und Segen Allah sein, auf ihm fanden solche Debatten immer wieder statt. Hinterfragen, kritisch sein und reflektieren sind Bestandteile des islamischen Glaubens. Im Koran werden Menschen geradezu aufgefordert, selbst nachzudenken und nicht einfach blind irgendwelchen Dogmen zu folgen. So heißt es dort, sprich, ich mahne euch nur an eines, dass ihr vor Allah hintretet, zu zweit oder einzeln und dann nachdenket. Ein weiterer Vorwurf lautet, im Islam stehe für Blasphemie die Todesstrafe. Das stimmt nicht. Im Islam gibt es keine Strafe für Blasphemie, die von Menschen ausgeführt wird. Blasphemie oder Gotteslästerung wird aus moralischen und sittlichen Gründen klar verurteilt. Aber es steht keinem Menschen zu, jemanden dafür zu bestrafen. Der Koran sagt dazu, wenn du jene siehst, die mit unseren Zeichen töricht reden, dann wende dich ab von ihnen, bis sie ein anderes Gespräch führen. Die Muslime werden also ganz klar aufgefordert, sich von Menschen, die sich über den Glauben lustig machen, für die Dauer, für die sie so etwas tun, abzuwenden. Nicht nur das, die Muslime dürfen selbst in keinster Weise blasphemisch sein. Es ist also strengstens verboten, sich über Scheingötter, Götzen anderer Religionen und so weiter lustig zu machen. Es heißt im Koran, und schmiert nicht die, welche sie statt Allah anrufen, sonst würden sie aus Groll Allah schmieren ohne Wissen. Das bedeutet, der Islam setzt sich für einen friedlichen und harmonischen Umgang miteinander ein. Damit die Debattenkultur fair bleibt, ist es nicht erlaubt, sich über andere Glaubenssätze lustig zu machen. Und wenn irgendwelche Mullahs oder andere Menschen auf die Idee kommen, dass sie auf die Straße müssen, um zu randalieren, voller Gewalt zu protestieren, dann ist das nicht mit den Lehren des Islams vereinbar. So ein Verhalten spiegelt sich in keinem Koranvers wieder, und der Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, hat sowas niemals getan oder tun lassen. Und das Verhalten des Propheten ist für Muslime die Grundlage, nicht irgendwelche Mullahs oder sogenannte Gelehrte. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Islam kurz erklärt. Bis zum nächsten Mal. As-salamu alaykum. Friede sei mit euch.